Beim letzten Intensivtag war das so schön zu sehen, da haben wir das in der Verkörperungsübung im Embodiment gemacht, die Frauengruppe und die Männergruppe. Die Männergruppe hat der Frauengruppe beim Gebären ihres Gefühls zugeschaut und es war so cool, weil die einfach, es war vielleicht ein Prozess von 15 Minuten letztendlich, wo die Frauen reingekommen sind in das Gefühl, das groß gemacht haben, das rausgestampft haben oder das sich eingekugelt haben und was auch immer sie damit gemacht haben. Aber wenn wir das machen, also wenn wir da als Frau voll reingehen, dann ist das recht schnell vorbei und dann ist es einfach gut, dann fühlt es sich gut an. Und du hast gesehen, wie bei den Männern dieses Licht aufgegangen ist von krass, ich brauche nur hier sein. Das ist wie bei der Geburt. Du brauchst nur da sein. Du kannst gar nicht eingreifen und irgendwas machen, was sie nicht könnte. Du intervenierst da nur schlecht. Ihre Wut wird sich auf dich lenken. Lass einfach sein. Du musst nur da sein. Das ist die erste Stufe.